die magische woche bei radio psr wir haben ja eine dame vorbereitet die steht dort hinten das ist claudias vitaler genau und ihr wart da alle dabei also zumindest die hälfte von euch stand da draußen aus sie das wird so einfach und jetzt zeige ich euch mal ich versuche jetzt mal dieses bild ranzukommen du hast es mir nicht verraten noch ist es hoffentlich auch sonst niemanden kam jemand zu dir der dich gefragt hat wir kennen uns auch nicht wir haben uns im ersten 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 und ich versuche jetzt mal dieses bild sozusagen nachzumalen mit dem es aus deinen gedanken rausholen dazu möchte ich dass du dich mal vor mich stellst die beide beine zusammen die hände zur seite mit schließt du erstmal deine augen dass deine augen fest verschlossen hat mit tief durch die nase ein durch den mund ausatmen sehr gut und ein drittes mal und dabei ich zähle jetzt bis zwei bei drei öffnest du deine augen bis wieder und jetzt eins zwei drei augen auf möchte ich dass du beide hände nach vorne ist sehr gut wir legen jetzt die hände aneinander jetzt stellst du dir vor du malst dein bild ganz groß vor dich in die luft wie auf eine riesige leinwand riesengroß aber du achtest darauf dass du deine hände und deine arme nicht bewegst auch darauf achten dass du deine augen nicht bewegst bereit wenn ich jetzt sage fängst du an mit dem malen jetzt sehr gut und weiter 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 ok das sind viele verschiedene teile die du gemalt hast jetzt haben wir uns wieder losgelegt ihr könnt bestätigen sie hat nichts gesagt sie hat nichts das einzige was war ich habe sie berührt und ich habe was gespürt ich mal jetzt mal auf was ich gespürt habe ob ich alles weil das so viele sachen waren weiß ich nicht ob ich das hinkriege aber mach du mal kurz deine augen zu dass du nicht siehst was ich hier male nehme jetzt einfach mal ein blatt hier weg das habe ich gesehen dann war hier auch mal zu lassen hier unten in der ecke war irgendwie das so und dann war irgendwie noch was hier das weiß ich nicht ob ich das jetzt einfach frei gedacht habe oder das ist das was ich drehe es mal um in deinen gedanken gesehen habe sozusagen erspürt habe nimmst du mal bitte dein bild raus und zeigt uns allen was du gemalt hast und jetzt zeigst und jetzt zeigst du was ich empfangen habe achtung ich drehe das mal um ich bin hier eine große künstlerin nein das leck mich am Arsch wir sehen also sowohl bei jan becker auf dem blatt einen baum eine blume und eine sonne und sag mal bitte was du gemalt hast ein baum eine sonne und eine blume die magische woche nur bei radio psr 100 prozent sachsen